Was glaubst du, wir diese Typen sind? Die, die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Too will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Die Brücke wirkt so sicher wie die anderen. Bis jetzt hat sie gehalten. Letzte Worte. Hey, siehst du? Kein Nate-Coulash, kein Nate am Spieß. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen. Über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Wow, sei vorsichtig. So wahr ich hier stehe, sieh dir das an. Wir sind direkt unter der Kathedrale. Meinst du, Rave und Nadine wissen, dass das hier direkt unter ihnen ist? Tja, mit genug Sprengstoff finden sie es irgendwann heraus. Tja, mit genug Sprengstoff. Tja, mit genug Sprengstoff. Tja, mit genug Sprengstoff. Tja, mit genug Sprengstoff. Wochen haben. Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Entschuldige bitte. Warte. Warte, deine Kiste unterwegs. Danke, guter Mann. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Wird schon schief gehen. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Hier geht es nicht durch. Unten kommen wir weiter. Hier. Sieh mal an. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, zieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl, wie zum Teufel kommen wir rüber. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein.